... vom Tanzsportzentrum GERA, Deutschland. Auf Ihren Programmen, die auf den Tischen liegen, konnten Sie feststellen, dass wir 15 Paare erwartet haben. Zehn sind tatsächlich hier. Und ich begrüße ganz herzlich ebenfalls vom Tanzsportzentrum GERA, Paar Nummer 4, Vincent Dörlitz, Alisane Sugarlenk. Das heißt international, das muss ich jetzt immer noch dazu sagen, Deutschland. Der Oberbürgermeister lässt es sich nicht nehmen, ein Begrüßungsgeschenk zu überreichen. Und ich begrüße Paar Nummer 5, Erik Heiden, Julia Lukow, Deutschland Tanzsportclub Excelsior Dresden. Das nächste Fall. Aus Österreich, Tanzsportclub Zentrum GERAZ, Michael Kaufmann, Katrin Kallus. Applaus Paar Nummer 7, Adres Cubs oder Cubs? Hier ist Elburg von der Tanzmasterskonferenz Oldensaal. Wir begrüßen ganz herzlich Paar Nr. 8, Luis Muñoz, Tina Frenzel und die Starten für Ecuador. Also Tina Frenzel stammt aus Dresden und ist schon ein paar Tage hier. Die Anreise war also nicht ganz so problematisch. Paar Nr. 9, Dumitru Pasku, Julia Jussel vom Tanzsportclub Ritmo Regensburg. Und noch ein deutsches Paar. Genauso wie Paar Nr. 12, Manuel Sanz, Judmila Timczuk, Sherby Dance Berlin, Hauptstadt. Ja, das liegt noch so im Blut. Paar Nr. 13, Volodymyr Sharapov, Paulina Dabek, Studio Danza Duet Warszawy. Das sind unsere polnischen Nachbarn. Und das 10. Paar begrüßen wir ganz herzlich mit Stadt Nr. 15, Felix Zahdorf, Weronika Burkhardt, Gelb-Schwarz Casino München. Das sind unsere 10 Paare für die lateinamerikanischen Tänzer. Herr Todler, goddamn. wilde Zwischen Gast bäst. ett. Gennart kommt auf Dsat. killer, zatsache, nestsen, kä terrible. also nach der Musik am wielu auf denатели Verように nicht die